Das coolste ist, wenn ihr in einem Laden arbeitet, an und verkauft. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Und der möchte eine Uhr verkaufen. Ich weiß noch, das war einmal so. Da sagt der Uhrmacher zu uns. Kein Problem, gib her jetzt, gib her jetzt. Mach das Messer, du musst das Messer an so eine Ecke setzen. Das ist so ein Deckel, den kannst du aufhebeln. Du musst aber an die Ecke setzen und dann halt aufhebeln. Der Typ steht da. Der Uhrmacher dreht sich so um. Einmal über die Rückseite von dem Gehäuse. Oh mein Gott.